Kein Thema. Kein Thema. Der will schon. Das ist so schnell, gell? Also ich würde einmal sagen, ganz herzlichen Dank, dass ich hier dabei sein durfte. Hat mich brutal gefreut. Super Gruppe, alles Bestens. Und es ist absolut kein Thema. Ja, ich will auch sagen, dass es uns gefreut hat. Wir sind die Mutanten, auch die Debutanten hier in dem ganzen Stück. Und es hat uns gefreut. Und Kein Thema. Wir werden nächstes Jahr oben wieder spielen. Bis zum nächsten Jahr. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.